Jo mein lieben Zuschauer und willkommen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und wir spielen heute mal Minecraft Speed UAC Ja Leute, der GOMMIA.NET Server hat da anscheinend ein Update rausgebracht zum Speed UAC Server und wir schauen uns das heute mal an, wohl ich bin nicht so der krasse Speed UAC Spieler hab das früher öfter gespielt, spiel es jetzt nicht mehr so krass und ich hab auch keine Ahnung was die das Update reingehauen haben aber lassen wir uns überraschen und sehen uns mal, ja lalalala, läuft also an der Wartelobby sehe ich jetzt nicht so die großen Unterschiede aber wie gesagt Leute, wir gucken weiter und schauen was hier noch auf uns zukommt abgesehen davon, dass die Runde nicht voll wird Ja Also die Farming Phase beginnt irgendwie also wir haben immer noch eine Spitzhacke hier von Anfang an also ich weiß noch nicht, was die da hier für Updates reingehauen haben keine Ahnung, ob ich hier eine Zeitrafferei mache oder so Montage geschnitten keine Ahnung, ich glaube wir machen einfach so ein Misch-Up Ihr seht es ja im Endeffekt Update Leute, wir haben 10 Äpfel und für mich heißt es, dass ich dann in die Höhle gehe und farmen Ja Außerdem glaube ich, dass die Schutzzeit und die kürzer gemacht wurde also diese Farmzeit das heißt irgendwie, ich glaube das waren 20 Minuten und jetzt haben wir nur noch so 15 ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das war so, keine Ahnung Nur die Frage ist halt wen juckt's Lol, da ist ein Typ Kann ich, kann ich den, ne Schutzzeit, oh isch Hold me close till I get up time is belly on our side I don't wanna waste what's life You know i'm not the little boy that i used to be Stop! Sonst kriegst du gar keinen auf die Schnauze ab! Musik Also wir haben jetzt eine Tierrüstung und noch 10 Dias übrig. Nur die Frage ist halt, wen juckt's? Okay, die Schlusszeit ist nun vorbei. Also ich habe jetzt noch nicht so große Änderungen festgestellt. Also ich hoffe mal, dass wir hier in der Schutzzeit, die vorbei ist, in der Kampfphase irgendwelche coolen Änderungen sehen. Leute, da ist direkt jemand. Was ist denn das? Musik Ja! Alter, Leute, habe ich ihn bekommen! Boah! Das soll es dann auch von dem Video gewesen sein. Ich denke mal, sorry, dass es nur eine Runde ist, aber ich denke mal, dass eine Runde genug Material hat für ein Video, weil ich praktisch eine halbe Stunde gezockt habe, weil ich das Video erzähle immer ein bisschen länger dauert. Fartier zum neuen Update ist. Ich kann nicht so riesige, gravierende Unterschiede erkennen, aber ein paar kleine Unterschiede erkennt man auf jeden Fall. Also das Update, würde ich schon sagen, ist schon gelungen, aber ob es unbedingt so viel geiler war, ist davon keine Ahnung. Macht, bildet euch selbst davon eine Meinung. Hier findet ihr die anderen Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigst du mit einer Bewertung. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr mehr Crap hier sehen wollt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mehr so Reviews von irgendwelchen Servern, Spielmodi oder sowas sehen wollt. Dann kann ich das auch mal machen. Und dann würde ich auch mal sagen, haut rein, macht's gut und ciao!